tach das immer wieder da ist das programm hier das jetzt mal hier ein bisschen umgebaut das schon mal hier da war so vorbereitet mache ich eigentlich schon die dinge ach so ja ich will ja die solarzellen machen damit hier mal rausgehen kommen her so hier können wir gucken so auch das geht mit der rechten mausplatten alles klar hier können wir schauen da sind wir ich will hier das hier das ist die achse und das jetzt mal so zu sagen wenn man der nächste planet den sind wir jetzt glaube ich hier nicht sagen wir hier sehen ja immer stück raus welcher ist es denn glaubt das müsste der sein sagt man hätte er hat 32 müssen wir mal gucken das ist der winkel zur sonne um es mal so zu sagen und da gibt es welche die drehen sich kaum oder da gibt es keinen kaum ein tag nacht zyklisch wenn man es an den polen baut die energie um es mal so zu sagen ich will nicht hier weil immer wie komme ich dann aus dem links raus so und da hat man dann immer ich bin noch nicht wach leute ich bin noch nicht auch wie heißt sein solar energie aber was mir jetzt hier erstmal machen müssen jetzt mal was ich habe überhaupt keine ahnung stehen geblieben so rot so hier dass man hier schnell reingucken was hier überhaupt sache ist da brauchen wir die roten was ist denn das brauche ich den prozessor für irgendwas das ist mir eigentlich egal 800 mal gucken hier das baum aber so gibt es da noch weiter da ist rot alles klar haben wir hier noch was ne ne okay dann gehen wir mal den upgrades gucken der braucht auch den roten das haben wir dass die geschwindigkeit brauchen die alles das rote der braucht das anlocks er den nehmen mal unterstelle in dem dings im inventory der brauchen die gelben haben wir hier noch was braucht noch die roten was ist das wertige construction plus ok da kann man höher bauen ok alles klar so der tut da hinten eigentlich wo stehen die dinge überhaupt da sind so jetzt müssen wir mal schauen wenn das kommt ist eis eingereiht 0 1 2 den lassen wir da hinten machen der sommer da hinten tun was braucht man denn die solarzellen warte mal ich hab schon die tasten kommandos vergessen äh da sind sie die dinger stellen wir her die dinge haben wir und kupfer haben wir sowieso so da sind die wir stellen hier also sechs gerne auf einen band wie viel da ist sowieso voll gelaufen guck an wie viel von den dingern macht denn das teil eigentlich in einer sekunde zwei zwei vier sechs kann das band machen das heißt du kannst wenn man nicht das schneller hat das heißt da könnte noch einer dazu muss nicht könnte aber wenn wir gerade mal gucken 168 haben wir von den dingern noch in der hand das passt okay das heißt wir haben hier das kupfer wir haben da das aber braucht das ding noch hier vergessen hey verdammt hat jetzt grüne zeugs das eigentlich hergestellt hier hinten da ach so das soll noch da hinten eben habe ich es okay dann gehen wir mal mit dem du stehst du bist du eigentlich angebunden stehst du da einsam und verlassen in der gegend rum geh mal weg dann können wir ja nur das will er nicht mit dem turban kommen wir da hinten hin ich stelle dich jetzt mal schnell dahin da bist du auf jeden fall angeschlossen alles klar so warte dass wir das raster ein ein tügel die pole wenn wir hier das sind die grünen das ist das kupfer das ist wasser wir gehen mit dem ding hier dran vorbei und machen wasser dahin oder aber es geht ja eigentlich noch ohne nicht wasser es geht ja eigentlich noch ohne diese dinge halt ich muss das kram erstmal hier weg machen das kam so 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 und so ja dann ab jede fisch wir gehen man kann übrigens wenn man jetzt die taste er drückt hier umschalten hier ja dann kann man das ding zwingen das ist genau dieses stein ding da kann ich ihn eigentlich weg machen oder gehe ich da lang glaube ich gehe mal hier lang aber mehr platz kann ich den eigentlich weg machen dann kannst du mal dahin latschen bitte da fliegt er automatisch drüber kriegt dann also füß deswegen so oder oder ist das zu viel bauen die das eigentlich komplett die bahn ja immer das nächste wo ich stehe das ist ja normal so warte dann machen wir mal hier oder da ich guck grad mal wir haben auf jeden fall doch kohle ist da drin wieso verbrauche ich jetzt eigentlich mehr wegen den drohen zieht die mir so viel saft weg hab doch nicht da habe ich ja diesen typen da in der mitte hingesetzt hier im hier ich überlege gerade mir haben wir hier kupfer das kriegt man aber nicht so einfach hier rüber das geht ja eigentlich da lang und hier haben wir die ja doch wir machen das erstmal dahin die kümmer hier noch ausbauen die ist nicht das problem so was dann eigentlich da bedeutet komm mal her bild links nochmal kupfer dieses grüne gelumpe und die kommst du da näher ran da kommt eins näher ran ich mach dir mal so bis dahin der geht nicht früher runter der hier das habe ich letztes mal schon getestet der geht nur so dann machen wir den mal so meine energie für die drohnen die ziehen ganz schön so wie das aussieht ne und so dann haben wir den dann brauchen wir eine produktionsanlage aber das übrigens ich weiß übrigens jetzt jemand kopiert hier zack der macht auch die einstellungen shift und links klick ist es shift und links klick so ich setze mal hier hin so ich setze mal hier hin und dann stellst du mir hier solarzellen her was er nicht macht was er so macht wie viel brauchst denn du von dem kram äh und hier du kommst kann ich das jetzt eigentlich da dran machen oder kann ich da nicht dran machen den kannst du mach den mal da weg geht das so mit dem arm ich vergesse es immer wieder kann ich den so nah dran legen das testen wir gleich mal das ist übrigens verkehrt rum kann ich das warte mal hier ist es nicht einfach mal ich kann den umdrehen warte mal lass mich das mal testen schweizend 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 geht nicht okay dann müssen wir es doch so machen so dann müssen wir es doch so machen alles klar es ist ein bisschen blöd kann ich denn jetzt eigentlich daran machen oder kann ich nicht daran machen er kann ich so du stellst her solarzellen haben wir schon gesagt der stellt her solarzellen strom brauche auch den kriegst du und zwar stellen wir dich erstmal da will ich raus also stelle ich dich mal hierhin und mal so dass das gerade ist so bitte dann stellen wir den da noch dran halt nein das ist manchmal mist geh weg aber ich komme da hinten dran interessanterweise so dann nochmal so und so und er drücken so machen wir das so dann brauchen wir hier ihn einmal ihn einmal ich denke jetzt doch weil das zu nah dran ist kriege ich den da achso ich habe keinen achso der ist sowieso weiter da weg so deswegen kann er schneller machen so wie viel kriegst du denn da rein so da haben wir den kupfer drin haben die anderen dinge da drin jetzt fehlt noch das grüne gelumpse manchmal will er nicht das grüne gelumpse das müssen wir es da hinten einmal bauen wir haben nicht mehr viel energie ich habe da kohle drin hier ist kohle drin so macht das ding mal hier fertig also wir machen es auf jeden fall nichts zu weit weg müssen es schon so machen so da geht sie los die du ziehst da kommt das gelumpe ja die drucker rennen genauso schnell wie die drohne fliegt ok was wollte ich eigentlich hier machen weiß ich noch nicht was immer ich da machen wollte wahrscheinlich erstmal vorausschauend gearbeitet so komm her dann kriegst du hier einfach eine lagerhalle hin das tun wir aber wie viel von den dingern brauchen wir denn wie viel macht denn ein stack ich mach es mal so und wahrscheinlich brauchen wir hier sowieso nur die 1er die geh mal weg hier bitte na wenn man es so macht müssen wir schauen wie viel kann ich von den dingern herstellen nicht wirklich viel nein wenn wir mal die items in die hand nehmen so dann ran hier biochemical whatever und rinder sollte eigentlich schnell genug gehen ja wie viel stack wie viel stacks macht denn der von einem aber lass den ja erstmal lass den erstmal jetzt hier so was braucht denn das ding von mir holz das kriegt er hier oh nehmen wir gleich mal da weg haben wir holz was ist das Kohle das ist dieses Energiegrafit das kriegen wir aber nicht als Kohle wird das gemacht research speed to low wat wieso was denn wieso ist man research speed to low dauert sich doch hier die haben alle items was wir brauchen verstehe nicht kann nicht zu langsam sein kann nicht zu langsam sein nee ist alles da was soll okay dann wollen wir hier drüben schauen wo ist das zeug da haben wir das wie stellt man jetzt das her lass mal mal schauen da ist es auch ganz normal 60 dann machen wir das mal so das ist übrigens auch sprit kann man auch für energie benutzen dann kann man hier das nochmal aufdanken dann sollte die energie fließen dann wollen wir hier mal schauen wie viel Stacks in einem sind und damit das begrenzt werden kann 20 sind in einem 1,2,3,4 wahrscheinlich 10 das hier das ist 200 das ist nicht wirklich viel kann man auch für andere Sachen dann nochmal brauchen dann machen wir das so okay dann haben wir das das macht er davon ist dann genug da und dann haben wir das soweit hier mit dem Kram jetzt brauchen wir hier eigentlich mal Warte, warum brauchen wir nicht einen Oil Instructor Oil Refinery so und das eigentlich auch mal hier sieht man auch dann die Menge die noch vorhanden ist Kohle Iron Crude Oil 1,78 die Sekunde stand da eben 1,78 die Sekunde ich baue mal so ein Teil Raffinerie ja das Ding brauchen wir können sogar herrschen was ist das hier eigentlich was so ich stelle mal eine her und er braucht das und dieses krummige Dreieck das was macht denn das ach hier also da okay Prisma 200 Kilowatt mehr Fuel Power so stell her das Ding wie viel brauchst du denn da noch 2 noch okay passt so können wir das glaube ich auch hier gleich rein tun ja das verbrennt er nämlich da drin wie viel Energie hatten das 6.3 Megajoule 2.7 Megajoule plus 60% Blue Jam können wir weiter so hat er fertig hat er warte mal was ist denn das für ein Ding haben wir jetzt falsche gebaut hier habe ich es falsche gebaut dann müssen wir erstmal das bauen reißen das hier nochmal ab und machen wir hier kurz Platz während er das Ding da herstellt so Solarzellen am Start werden gebaut passt so jetzt nochmal die falsche gebaut hast du bist du fertig äh so ne ist noch nicht fertig dann braucht denn der oh von denen haben wir auch keine mehr im Info das macht jetzt erstmal nichts so jetzt bitte ähm wie rum drehen wir denn das Ding das ist der Ausgang stellen wir mal da hin nach da hinten und nicht mehr nach da vorne damit das nicht so eng wird so ähm was dann heißt davon haben wir auch keine mehr oh keine Metallplatten mehr von den Dinger könnten wir eigentlich auch mal welche herstellen komme ich hier noch dran ohne da hin zu müssen ne schade gehen wir mal hier dran das ist Kupfer 100 so dann stell mal 10 Stück her so und dann kriegst du das da erstmal da dran und dann mal gucken hier stell mal da dran so Öl gleich mal ein Screenshot machen so kann man übrigens ausblenden so der ist noch da man läuft ja mit dem Kerlchen noch allerdings ähm ja er ist halt unsichtbar so jetzt äh wie kommt denn der Zeugs da eigentlich raus auf dem Fließband sag mal her wahrscheinlich ne ja mach das mal weg so okay dann haben wir hier Crude Oil müssen wir das erstmal speichern sollten wir das erstmal speichern ähm ich mach das nochmal weg hier jetzt haben wir Crude Oil in der Dusche und achso wir brauchen ja das dafür ne ja warte mal dann machen wir das nochmal so ähm ja mach das mal so 1,8 die Sekunde 0 das ist nicht wirklich viel ne na doch 107 die Minute mhm Fuel Chamber plus 20% Crude Oil okay so was brauchen wir denn jetzt überhaupt mal hier ähm um das rote Gelumpe herzustellen wo ist denn das da das ist ein Nebenprodukt Hydrogen wie kriegen wir das raus ähm aus Öl was stellt denn der noch her 2 zu 1 4 Sekunden in 4 Sekunden 1 der braucht 2 und braucht der für 6 Sekunden das ist zu wenig da brauchen wir noch äh auf jeden Fall noch so ein Ding die dick wo stelle ich denn das Zeug her nochmal in dem lass mich nochmal das hier angucken ähm Chemical Facility Chemiefabrik gerade mal so kann ich eigentlich hier Refinery Chemical Öl damit ich das nochmal angucken hier nicht dass ich jetzt hier durcheinander komme haben wir eins von diesen Dingen ne das ist eine Refinery ich stelle die mal kurz hier hin was ist denn du her Plasma Refining das ist das Zeug okay der hat aber alternative Rezepte die sieht man da unten ich will nochmal was gucken das ist Upgrades Polymer Engine das hier High Energy X-Ray Photo was weiß ich Can Crack Refined Oil into more Hydrogen and produce the by-product energy okay ähm das rein wir mal ein wir haben da sowieso nichts mehr das kommt mal weg alles klar sehen wir uns in der nächsten Folge bis dann ciao bis dann 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 bis dann